Das ist ein guter Ort hier. Weißt du auch, wie man die Stelle dort hinten nennt? Die Kreuzchenkuhle. Was ist mit den Geschichten, die man sich von der Kreuzchenkuhle erzählt? Du meinst die Toten? Ach Quatsch, alle Spinne! Das ist wahr! Wer hier reinfällt, kommt nicht wieder hoch! Was ist mit dem Mann? Das geht keinem was an. Du hast geschworen zu schweigen! Ich habe geschwiegen! Dann halten wir den Jungen vom Hals! Der Junge hat nichts zu tun! Also wo ist das Zeug? Hast du es dir geholt? Alles ist auf dem Grunde geblieben. Dann zeig mir die Stelle! Warum kann ihn der Kohlweiß bedrohen? Der hat ihn doch irgendwie in der Hand. Das müssen wir eben rauskriegen. Die Murmelsee, die Kreuzchenkuhle. Weißt du, wo das Kreuz hier steht? Die flache Stelle, wo wir beim Baden immer Halt machen. Der Kohlweiß hat doch deinen Großvater gedroht. Er soll ihm eine Stelle zeigen. Ja, der meint diese Stelle. Gut, dass ihr mir das erzählt habt. Wir müssen Kohlweiß das Gefühl völliger Sicherheit geben. Und ihr helft dabei, wenn ihr zu niemandem ein Wort von dieser Sache sagt. Und nichts mehr auf eigene Faust unternehmen. Ich bin von der Kriminalpolizei. Wir wissen alles. Du hast uns auch selbst dabei geholfen. Jean Paul. Kohlweiß das 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 Kohlweiß das